Servus, ich bin's, der Basti. Ich stelle euch heute das Elektronik-Labyrinth vom Ravensburger Spieleverlag vor. Es ist aus der Labyrinth-Familie. Hier habe ich mal das alte Spiel, das verrückte Labyrinth dabei. Das ist jetzt eben hier der neueste Ableger da draus. Und mich hat es jetzt einfach interessiert, weil ich dieses verrückte Labyrinth auch als Erwachsener ziemlich gern ein Spiel. Es ist echt ein super Kinderspiel, wo Kinder viel lernen können und ihr räumliches Denken schulen können. Aber für Erwachsene ist es genauso knobellastig und kniffelig wie für die Kinder auch, gerade wenn man Erwachsener gegen Erwachsener spielt. Von daher hole ich das auch immer wieder gerne raus. Und deshalb wollte ich hier auch unbedingt mal einen Blick drauf werfen. Das Spiel ist ab acht Jahren für zwei bis vier Spieler und vom Grundprinzip eigentlich genau das gleiche wie beim verrückten Labyrinth, nur dass wir jetzt hier ein sprechendes Buch haben, das uns sagt, was wir tun müssen. Alles Nähere erfahrt ihr jetzt noch in dem Video. Kurze grobe Regelübersicht und dann gibt es wieder von mir ein Fazit von mir am Ende, ob mir das Spiel gefallen hat oder eben nicht. Sieht mal Kinder, was ich gefunden habe. Auf dem Dachboden ein Buch und es spricht. Psst, hör zu, was es zu erzählen hat. Seid willkommen, Abenteurer. Ich bin Akata, der weise Zauberer. Grimelda, die böse Hexe, hat mich in dieses Buch verbannt. Aber ihr könnt mir helfen. Geht dazu ins verhexte Labyrinth. Um mich zu befreien, müsst ihr die Zaubersteine finden, die den magischen Schlüssel aktivieren. Wenn ihr alle Steine für euren Schlüssel gefunden habt, verliert Grimelda ihre Zauberkraft. Und ich bin frei. Aber passt auf, Gefahren lauern überall. Das ist jetzt der Spielaufbau für vier Personen. Jeder Spieler bekommt einen Schlüssel, eine Spielfigur, einen Sonderauftrag und zwar den von der gegenüberliegenden Seite. Also der Grüne kriegt jetzt hier den Roten und der Rote kriegt beispielsweise den Grünen. Dann muss man aufpassen, dass diese Figuren hier, die Fee, der Riese, das Einhorn, der Drache und der Troll so verteilt sind. Also hier nahe der Spieler und eins direkt in der Mitte. Dass es einfach gleichmäßig ist und jeder schnell da hinkommen kann. Sonst wäre es vielleicht unglücklich verteilt und alle würden sich hier unten in einer Ecke befinden. Das muss man eben vorher auslegen und dann füllt man einfach die weiteren Teile auf. Man kann auch einen Schwierigkeitsgrad einbauen. Und zwar gibt es hier solche Steintafeln auf diesen Dingern, auf diesen Plättchen. Und die gibt es weiße und eben gelbe. Die gelben sind die schweren. Da sind zum Beispiel auch solche Sackgassen dabei. Und das ist klar, das Ganze wird dann etwas schwerer, weil man öfter vielleicht in die Irre läuft oder in eine Sackgasse hinein muss. Okay, dann werden noch diese Plättchen verteilt und zwar sieht man hier immer solche Fußspuren und auf so ein Plättchen mit einer Fußspur kommt dann eben auch so ein Gegenstand drauf. In dem Spiel geht es jetzt nicht darum, dass man hier Karten erfüllt bzw. zu irgendwelchen Gegenständen läuft und dann die Karte ablegt, sondern man sammelt diese schönen Edelsteine hier und zwar auf dem Schlüssel. Und wenn der Schlüssel dann voll ist, je nach Spielerzahl hat man schon Steine oder eben nicht. Und wenn der Schlüssel voll ist, dann darf man hier zur Pforte und kann praktisch dann das Spiel gewinnen. Man muss natürlich vorher aber auch erst zu seinem Ausgangspunkt zurücklaufen. Wer das zuerst schafft, der gewinnt das Spiel und freut sich. Im Elektroniklabyrinth läuft der Zug ganz genauso ab wie im verrückten Labyrinth. Man nimmt das übrige Teil, schiebt es an einer Stelle hier hinein. Es ist wiederum verboten, dass man an der gleichen Stelle wieder reinschiebt, wo vorher herausgeschoben wurde. Die Regel bleibt gleich und man schiebt hier praktisch hinein. Das ist ein Pflichtzug und dann darf man sich bewegen. Das ist praktisch freiwillig. Dieser Spieler, ja das war jetzt ein blöder Zug, angenommen, der will jetzt mal hier gleich zum Drachen gehen. Dann kann er sich jetzt hier hin bewegen. Kommt man auf eine dieser Personen hier, drückt man den jeweiligen Knopf. Diese Person erzählt ihr erst mal oder euch erst mal, wer sie ist und was sie möchte. Es sind verzauberte Kreaturen, die irgendwie freikommen wollen und für die müssen dann bestimmte Aufträge erfüllen. Das ist so Pick-up and Delivery. Das heißt, ich gehe hin, hole mir einen Auftrag ab, dann hole ich den Gegenstand oder bringe irgendwas irgendwo hin. Es kann nämlich auch sein, dass einem die Kreatur einen Schatz gibt. Zum Beispiel der Drache gibt mir den Schatz fürs Einhorn und dann muss ich diesen Schatz, den ich hier hinlegen kann, zum Einhorn bringen. Wichtig dabei ist, dass man immer nur einen Schatz und einen Gegenstand hier auf seinem Schlüssel transportieren darf. Ist das voll, dann müsste ich das jeweilige Teil erst mal ablegen und das neue dann aufnehmen. Das bleibt dann einfach da liegen, wo man es abgelegt hat und das neue kommt wieder hier auf den Schlüssel. Das ist praktisch gleichzeitig auch so eine Art Rucksack, den man dabei hat. So. Und wenn man jetzt diese Aufträge erfüllt, dann geben einem diese Kreaturen immer Belohnungen. Zum Beispiel drei Edelsteine oder vier oder zwei. Manche geben einem auch nur einfach einen Edelstein, weil man gerade vorbeikommt. Und ja, immer wieder schaltet sich dann während des Spiels die böse Hexe ein, die dann nach dieser Aktion, die man dann tätigt, einen ein bisschen ärgert. Es kann sein, dass der Spielplan gedreht wird. Ist jetzt für Erwachsene nicht weiter schwer, aber für Kinder kann es dann schon zur Verwirrung führen. Es kann sein, dass man die ins Gefängnis geworfen wird. Es kann aber auch positive Sachen eintreten, dass zum Beispiel neue Zaubersteine aufs Spielfeld kommen. Und zwar, wenn das passiert, werden die immer auf diese Rucksäcke hier gelegt und die kann man sich dann immer abholen. Wichtig jetzt, wenn man Gegenstände oder solche Edelsteine aufnehmen möchte, muss man, ja, ich nehme mal die Figur, hier hinziehen und da stehen bleiben. Praktisch seinen Zug beenden. Es gibt auch natürlich andere Belohnungen, nämlich dass man zum Beispiel noch eine Bewegung hat oder vielleicht sogar noch einen kompletten Zug. Hat man jetzt einen Gegenstand dabei, zum Beispiel den für den Drachen, drücke ich hier auf das Buch, den Drachen und dann drücke ich hier auf die Hand. Dann gebe ich ihm den Gegenstein. Habe ich die Schatztruhe meinetwegen für das Einhorn jetzt hier dabei, drücke ich aufs Einhorn und drücke dann auf die Schatztruhe. Und das Einhorn erzählt mir dann, was ich eben zur Belohnung kriege. Das letzte Spielelement, was wir jetzt noch haben, sind diese Sonderaufträge. Und zwar geht es hier wirklich um Schnelligkeit. Der Erste, der seinen Sonderauftrag erfüllt, das heißt hier auf dieses Feld sich stellt, gibt dieses Teil ab, drückt hier diesen Sonderauftragsknopf und kriegt vier Edelsteine. Jeder weitere kriegt dann immer nur einen Edelstein weniger. Das heißt hier muss man sich wirklich beeilen. Gut, das ist jetzt im Endeffekt das ganze Spiel. Wer hier wirklich am schnellsten seine Edelsteine sammelt und zurück zum Ausgangspunkt kommt und sich vielleicht auch noch am besten merkt, welche Kreatur was genau nochmal wollte und wie es jetzt eben dorthin kommt. Und sich genau überlegt, ja, welche Strecke laufe ich? Wo laufe ich am günstigsten? Welche Aufträge sind für mich jetzt am günstigen? Welche nicht? Wer das am besten organisiert und managt, der gewinnt natürlich das Spiel und freut sich. So, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich denke, wer das Spiel verrückt ist, weil wer den kennt. Der hat sich hier die Regeln eigentlich schon fast ersparen können. Einzig online, die Sache mit dem Buch, macht das Ganze jetzt etwas anders, aber auch nicht viel, denn die Zugregeln und Bewegungsregeln bleiben einfach die gleichen. Jetzt kommt halt viel mehr dieses Pick-up and Delivery noch rein. Das heißt, ich muss erst mal zu Leuten hinlaufen, die geben mir den Auftrag, dann versuche ich den Auftrag zu erfüllen und versuche das dann zurückzubringen. Ich kann Schatzdrohnen und andere Kreaturen übergeben. Ich kann meine Spezialaufträge erfüllen, da geht es auch ein bisschen auf Zeit, denn wer da der Erste ist, kriegt natürlich die größte Belohnung und der als Letztes ankommt, kriegt dann nur noch einen Edelstein. Das ist so, ja, mehrere Elemente, die das Spiel auch so ein bisschen erweitern. Finde ich das jetzt besser? Ja, ich denke, das kommt echt auf die Zielgruppe an. Ich denke, für Kinder ist das viel ansprechender, es ist viel cooler gemacht, es ist irgendwie auch bunter, es ist irgendwie schriller, hat vielleicht einen höheren Aufforderungscharakter. Die Kinder müssen sich auch ein bisschen so was merken, es ist so ein Memory-Effekt dabei. Das Buch erinnert das zwar immer wieder mal an ein paar Sachen, die noch nicht geliefert worden sind, aber im Großen muss man sich auch ein bisschen merken, was wollten die einzelnen Kreaturen und wo muss ich es dann wieder hinbringen. Hat also auch diesen Memory-Charakter noch mit drin. Und das sind halt so die Elemente, die das Spiel dem verrückten Labyrinth voraus hat. Allerdings ist das verrückte Labyrinth jetzt viel straighter, viel planbarer, viel, ja, sag ich mal, taktischer, viel, ja, weniger glückslastig. Ich ziehe zwar auch meine Karten, aber von der Belohnung her, ich lege halt meine Karte ab und kann dann die nächste spielen. Hier ist es oft schon ein bisschen ungerecht. Der eine, der kriegt vier Edelsteine und der andere kriegt gleich mal zwei, nur weil er die Kreatur besucht. Und kriegt dann noch eine Riesenbelohnung, wenn er den Schatz übergibt. Der andere kriegt vielleicht nur eine kleine Belohnung. Und dann kommt auch noch die Hexe, die ihn zwischen die Parade fährt und vielleicht noch ins Gefängnis wirft oder dann erstmal vielleicht zwei Züge braucht, um wieder rauszukommen. Also es wird deutlich glückslastiger, nicht mehr so wirklich strategisch. Von daher gefällt mir persönlich das verrückte Labyrinth in der Ursprungsvariante besser. Das ist aber, denke ich, für Kinder das bessere Spiel, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Jetzt kommen wir aber mal zum Design, zur Aufmachung. Ich finde, ja, das nicht so gelungen. Also ich liebe immer noch diese alte Auflage, die ganz alte von 91 hier. Das gefällt mir eigentlich am besten. Alle weiteren Auflagen fand ich schon etwas zu kitschig. Nicht mehr so gelungen. Und hier wird es natürlich noch greller, bunter, kitschiger. Und das ist einfach nicht so mein Geschmack. Aber es gab auch Leute, die sagten, oh, das ist viel cooler als das alte Spiel. Das gefällt mir besser von der Aufmachung her. Aber es ist wahrscheinlich wieder mal einfach Geschmackssache. Die Komponenten, die dabei sind, sind wirklich erste Sahne. Wir haben einen Top-Inlay, wo man wirklich die Teile gut reinmachen kann. Es hält auch das Spielplan, den kann man so reinklicken. Die einzelnen Plättchen oder die Plättchenstabe kann man so reinklicken. Und das hält wirklich relativ gut an Ort und Stelle, wenn man selbst wenn man das Spiel jetzt hier mal so auf den Kopf stellt oder aufrecht hinstellt, gerät nicht gleich alles durcheinander. Es ist wirklich sehr gut gelungen. Die Materialien sind auch allererste Sahne, dicke Pappe, die richtig schön haltbar ist, toller Spielplan. Klar, der hat das gleiche Problem wie der alte, der knickt sich so ein bisschen nach oben. Da hat man halt so seine Problemchen damit. Aber an sich wirklich Top-Qualität. Das Buch an sich, das ist jetzt mein größterer Trickbuch, ist mir an sich einfach ein bisschen zu leise. Weil ich habe das jetzt in der Schulklasse gespielt zum Beispiel. Da, wenn am Nebentisch gespielt wird, versteht man das Buch schon nicht mehr. Wenn es da ein bisschen lauter zugeht oder an einem Spieleabend, wo mehrere Tische da sind, dann ist es wirklich ultraschwer. In der Kneipe haben wir es gespielt, war es wirklich kaum zu hören. Und ja, es ist wirklich vielleicht echt nur, wenn man zu Hause am Tisch sitzt und da außen noch einmal stillet, dann ist es wirklich absolut in Ordnung, die Lautstärke. Ansonsten ist es einfach deutlich zu leise. Und ja, wenn man nichts versteht, kann man das Spiel leider auch nicht spielen. Es ist kein Display dabei oder irgendwas, das sich nochmal daran erinnert oder sagt, was die Kreatur jetzt will oder was man vielleicht noch machen muss oder welche Belohnung man bekommt. Also wenn man es nicht versteht, kann man es im Endeffekt nicht spielen. Das ist wirklich schade, weil das soll vielleicht ja auch ich würde es gerne mehr in der Schule vielleicht auch mal einsetzen oder am Spieleabend, wenn man es spielen will, wenn mehr Leute da sind. Ja, ist irgendwie schade. Ja, und dann hätte ich mir vielleicht auch so noch, weiß nicht, eine Taste gewünscht, wo man so das Ganze gelabert dann auch mal weiterschalten kann, weil man hört immer wieder dieselben Sprüche und muss ich das immer wieder anhören. Ich hätte gerne so eine Kurzzusammenfassung. Das ist deine Belohnung und du hast das abgegeben, dass man das vielleicht auch ein bisschen zügiger für Leute spielen kann. Aber es geht vielleicht nur mir als Erwachsenen so. Ich denke, die Kinder werden da immer wieder gern zuhören, was ihnen die Kreaturen zu sagen haben. Ja, also wie bewerte ich das Spiel? Für wen empfehle ich das jetzt? Ich empfehle es wirklich für Familien mit Kindern, die ihre Kinder vielleicht wirklich irgendwie für Brettspiele begeistern wollen. Ich denke, das ist wirklich sehr ansprechend, hat einen hohen Aufforderungscharakter, macht den Kindern sicherlich auch sehr viel Spaß. Man spielt so in 30, 45 Minuten, vielleicht 60 Minuten, wenn vielleicht unkonzentriert gespielt wird oder einer sehr lang braucht. Aber es hat eine relativ kurze Spielzeit und ich denke, es hat echt gute Elemente, Memory, Pick-up-and-Delivery ist viel stärker, dieses Hin- und Herbewegen. Es ist auch ein bisschen einfach mehr Glück dabei. Das heißt nicht, dass der Erwachsene jetzt unbedingt gewinnt, weil er halt das am besten sieht und weil er vielleicht die besten Fähigkeiten hat, diese Teile zu verschieben und das einfach am besten kann, sondern da spielt dann auch einfach noch so ein gewisser Glücksfaktor mit, sodass die Kinder vielleicht auch mal gegen den Erwachsenen gewinnen können. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Alle, die das verrückte Labyrinth wegen seiner Berechenbarkeit leben, dann sollen die wirklich dabei bleiben. Denn hier, wie gesagt, ist einfach der Glücksfaktor deutlich höher. Insgesamt finde ich, ist ein wirklich gelungenes Kinderspiel, eine gelungene Auflage vom Labyrinth nochmal, das wirklich echt viel Spaß macht. Man kann es ja sogar vom Schwierigkeitsgrad her nochmal anpassen, indem man verschiedene Teile benutzt, je nach Startaufstellung. Also man kann es auch einfach noch schwerer machen, wenn einem irgendwann die Herausforderung fehlt. Das ist auch nochmal ein schönes Element. Also mir gefällt es, ich kann es wirklich empfehlen, so weiter empfehlen. Kann man eigentlich als jemand, der Kinder hat, wirklich gutem Gewissen zugreifen, zumal es dann auch wirklich noch das logische Denken und das räumliche Denken schult. Und ja, Lernen plus Spielen, was gibt es Besseres? Also von mir wirklich eine Empfehlung für das Elektronik-Labyrinth. Nee, komm, Bis zum nächsten Mal.